Wie scheiße ist das denn? Da liegen Handgranaten. Hm. Wo kommen wir hier hin? Nirgendwo hin anscheinend. Auch nicht, wenn wir da zerschießen. Oh doch, dann geht das. Ha! Auch nicht schlecht. Wo geht denn da hin? Hm. Ne, gehen wir erstmal nach unten weiter. Gucken wir erstmal hier unten. Geht immer noch nicht. Kann ich hier was machen? Oh, geht tatsächlich auf. Jetzt hat er mich bemerkt. Oh! Wie macht der denn? Hä? Was ist denn jetzt aber bei mir hier los? Er stirbt nicht. Oh, verdammt. Ah, jetzt komme ich auch da rein. Da ist auch Lebensenergie. Super. Nochmal speichern. Ist der jetzt tot oder immer noch nicht? Ne, der ist immer noch nicht tot. Jetzt hat es ihn erwischt, glaube ich. Aber das war, glaube ich, irgendwie ein Fehler. Irgendwie läuft das nicht so rund. Hier kann ich jetzt nichts machen im Moment. Da ist ein Computer. Ist da noch jemand? Meine Güte, ne, da habe ich wieder einiges zu tun. So, hier können wir auch nichts machen. Da machen wir die kaputt. Kenne ich ja nichts. Hier können wir auch nicht dran. Die Muni nehme ich auch mit. Sehr schön. Ne, das geht wirklich nicht. Können wir die zerfießen? Ne, auch nicht. Okay. Gut, dann gehen wir hier weiter. Da war ich ja jetzt drin. Machen wir auch kaputt. So, Moment. Moment, ähm, so war das, genau. So, Sicherheitsschlösser haben wir geöffnet. Sehr schön. Wir müssen erst einmal hier gucken. Ich glaube, das hat nichts geändert hier, ne? So, gut. Hat aber anscheinend nichts zu bedeuten. Aber eh nicht raus. Ich überprüfe das nur noch mal zur Sicherheit, weil ich jetzt nicht genau weiß. Nicht, dass ich hier irgendwie noch was verpasse. So, dann gehe ich jetzt hier hoch. So, hier speichere ich nochmal. Okay. Keiner da? Doch, bestimmt. Die schlucken ganz schön viel. Da ist noch ein Raum. Ich gehe jetzt aber erst mal hier rein. Ah, ich habe gedacht, das wäre nochmal Lebensenergie. Von Weitem sah das zuerst, zumindest für mich, so aus. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier gucken. Okay. Ich habe auch nichts zu sehen an Gegnern. Das ist auch nichts für mich. Achso, Moment. Oh. Nochmal gucken. Wo kam der denn jetzt her? Oh, da unten. Ja, hat ihn erwischt. Da ist noch einer. Hat ihn auch erwischt. Ah, ich habe die Fässer in deinem Rücken gesehen. Oh, da ist noch einer. Oh. Ah, dann komm doch zu mir. Oh. Die irritieren mich, die Schüsse. Okay. Kommt der mir jetzt hinterher? Ja, ja. Wo ist der? Ich sehe den nicht. Ach, komm doch zu mir. Ja. Wenn du was willst. So, das haben wir auch. Und? Nee, der kommt nicht. So, danke für die Muni. So, da war doch noch so ein Raum, oder? Ach, ich liebe es zu ballern. Genau. Auch an dich. Vielen Dank. Mach auf. Er ist erledigt. Lässt sich Zeit mit dem umfallen. Ah, ich habe gedacht, da ist noch einer. Gut. Das haben wir auch. Turbinen aktivieren und die Luftschleuse leeren. Ja. Gut, 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 gut. Raumanzug besorgen. Ja, da weiß ich ja, wo der ist. Äh. Meine ich zumindest, dass ich das weiß. Ich verlaufe mich ja auch so gerne. Hier bin ich ja vorhin erst reingegangen. Ähm. Ich mach hier nochmal einen Speicherpunkt. So. Man weiß ja nie. Hier war nur der Lagerraum. Ach, scheiße. Jetzt weiß ich das auch schon nicht mehr. Ach nee, da bin ich doch. Ich glaube, hier war das. Mit dem Raumanzug. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, was ich hier mache. Mal schauen. Hm. Nicht gerade mein Stil. Sollte aber gehen. Sehr schön. So, jetzt muss ich nur den Rook finden und besiegen. Jawoll. Geschafft. Wunderbar. Naja, bis auf den Rook noch. Da muss ich an Moonraker streng geheim denken. Mit dem Roger Moore war das damals. Wo bin ich jetzt in die falsche Richtung gegangen? Muss ich hier lang? Ne, auch nicht. Muss ich den jetzt machen? Ach so. Hm, da vorne ist auch... Den hab ich gar nicht gesehen. Das ist auch ein Knopf. Das ist auch ein Knopf. Was kommt jetzt? Ich weiß es im Moment nicht. Aha. Und? Und als nächstes? Ah ja. Sehr schön. Sehr schön. So, muss ich hier was beachten? Müssen wir mal ein bisschen links und rechts gucken. So, machen wir hier auch mal auf. Okay. Oh, ich hab ja fast keine Energie mehr. Speichern wir mal. Okay, okay. Nehm ich mal an. Ich muss jetzt irgendwie rauf. Nehm ich mal an. Ich weiß jetzt natürlich gar nicht mehr, wie es hier weitergeht. Aha, okay. Komm ich hier irgendwie rein? Ne, hier falle ich nach unten. Muss ich wahrscheinlich weiter nach oben, nehm ich mal stark an. Okay. Mit Space geht's nach oben. Oh, was haben wir denn da? Ein Shuttle? Muss ich da rauf? Wo ist denn der Rook? Wo ist er? Ich muss da rauf. Ich geh mal weiter hoch. So. Schauen wir nochmal. Über diese Unterbrechungen. Ähm. Ich muss. Ich muss. Ist das ein Schalter? Tatsächlich. Oh. Ah. Wunderbar. Den habe ich wahrscheinlich bei der ganzen Schwimmerei vorhin schon übersehen. Was haben wir denn da? Aha. Die gehen auch weg, die Strahlen. Das ist gut. Und durch. Und? Und? Ja. Ah, da warten wir jetzt noch ein Momentchen. Durch, durch, durch. Das gibt es doch nicht. Verdammt. Die Kamerbahn direkt wieder. Das weiß ich gar nicht. Wann habe ich ihn zuletzt gespeichert? Oh, nö. Ah, ich bin schon drinnen in der Schleuse. Na, Gott sei Dank. So. Das haben wir. Das haben wir. So, hier kurz speichern. Falls ich jetzt wieder verrecke, bin ich wenigstens direkt wieder davor. Komm, marsch nochmal. Gut, diesmal ist es geglückt. Da sind wir da. Machen wir eben speichern. Kann ja nicht schaden. So, warten. Und durch, durch, durch. Okay. Alles klar. Na. Und jetzt? Ah, Wasser wird wieder abgelassen. Okay. Bin ich mal gespannt. Was kommt jetzt? Ich habe nur noch dreimal Energie. Lebensenergie, meine ich jetzt. Achso, muss ich da nochmal drauf drücken? Ne, geht von alleine. Meine Güte. Was für eine lange Röhre. So. Ich speichere mal hier. Was macht er denn jetzt? Oh, scheiße. Lass mich auf die Plattform. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn nicht mehr. Wo hat er sich versteckt? Hm. Zack, ich schon wieder runter? Verdammt. Komm ich da jetzt nicht mehr hoch, oder was? Ich will da hoch. Komm schon. Oh, na super. Soll ich da hochkommen? Oh, na super. Oh, nö. Mir kommt das nervt mich jetzt zu sehr. Da mache ich es ganz einfach. Einfach spieladen. Ich hatte ja gerade gespeichert. Jetzt kann ich wenigstens hier die Plattform sehen. So. Ich möchte die Brille eigentlich noch. Ne, Brille habe ich auch nicht mehr. Ah, okay. So komme ich hoch. Aber da geht es schon wieder nach unten. Gerade bin ich ja nur nach unten geflogen. Wo muss ich denn jetzt hier? Ich habe ihn gefunden und will ihn auch besiegen. Aber wie soll ich das machen? Wenn der immer nur flüchtet. Wo ist er? Ich habe die Schüsse gehört, aber ich sehe ihn nicht. Hm. Okay. Wo ist er denn? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ja, komm. Komm zu mir. 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 Besser ins Visier nehmen kann. Woah! Woah! Na komm schon! Geh kaputt! Woah! Scheiße! Der hält aber ganz schön viel aus, muss ich sagen.